ja hallo gaming freunde herzlich willkommen auf meinem kanal hier ist wieder game collector heute gibt es mal wieder ein schönes hardware video und zwar ich habe mir eine könnte man sagen für mich persönlich eine neue alte grafikkarte gekauft der grund ich möchte nämlich mein altes system wieder ein bisschen erneuern sprich ich möchte mein altes system in ein neues gehäuse verpflanzen und dazu möchte ich natürlich dann doch auch eine neue grafikkarte und zwar ist es die 2000er serie geworden ihr könnt schon sehen was es für eine ist für mich einer der schönsten grafikkarten die nvidia je produziert hat wir haben hier die gtx die rtx 2080 ti ja es ein bisschen ungewöhnung dass man eben ständig gtx sagt weil die gtx gab es doch ziemlich lang hier in der ti version und natürlich in der fahrung das edition die fahrung das edition dieser mittlerweile auch sehr rau geworden ich habe sie bei ebay kleinanzeigen gekauft ich muss natürlich erst einbauen ich hoffe sie funktioniert aber ich denke mal schon zustand ist absolut top gucken uns natürlich dann gleich aus nächster nähe an und die wird dann in das system eingebaut wird aber wahrscheinlich erst nächstes jahr werden und da versuche ich natürlich alles so gut wie es geht zu filmen ich würde sagen wir verlieren keine zeit gucken uns erst mal die verpackung noch mal an so schaut sie aus jetzt da ist sie das ist die schönheit so schaut sie aus richtig schön wir gehen jetzt mal in die draufsicht und gucken wir sie uns etwas näher an so das ist jetzt von der draufsicht so schaut sie aus wie gesagt eine der wunderschönsten grafikkarten die ein video gemacht hat ich weiß ich habe schon erwähnt aber es ist trotzdem ein richtig schönes design es sind ja dann sozusagen die system also die hersteller basierten grafikkarten angekommen von asus von msi und wie sie alle heißen natürlich mit wesentlich dickeren fetteren kühlkörper aber die hat eine besonderheit als alles aus metall der gesamte kühlkörper hier alles metall die ist auch richtig schwer die ist auf jeden fall schwerer wie meine gtx 1080 ti sie ist 2018 ist sie veröffentlicht worden sie bot halt dann schon rate racing das war damals die goldene ära die da eingeleitet worden ist ist auch die letzte mit pc express 3.0 anbindung erst die 3000er serie hat dann 4.0 bekommen und jetzt aktuell auch die 4080 der geforce rtx schriftzug der leuchtet grün das werden wir uns natürlich dann gleich angucken wir haben jetzt zweimal 8 pin das könnt ihr hier sehen zweimal 8 pin die normale rtx 2080 die hat einmal 6 pin und einmal 8 pin da ist dessen 6 pin und dessen 8 pin da ist aber hier dann sind zwei pinnen blind gemacht aber das ding wie gesagt riesig schwer hier alles aus aluminium der zustand ist absolut top ich weiß aber nicht ob sie mal auf wasserblock umgebaut worden ist weil hier eine schraube hier hat so eine leichte gebrauchsspur also hier zumindestens deswegen habe ich das ein bisschen stutzig gemacht hier oben können wir schon gar hier diese abdeckung abnehmen kann einmal zeigen sie ist ja sli fähig das heißt sie bot schon gar doppelten speicher wenn man zwei stück davon gehabt hat da gab es ja von nvidia extra eine sli bridge jetzt drehen wir sie mal um muss aufpassen das ding nicht runterschmeiß hier die die backplate richtig schön in alu gegossen beziehungsweise es muss auf jeden fall sein das ist grandios richtig geil das teil jetzt kann ich einmal schnell meine gtx 10 80 daneben hinstellen da liegen dann auf jeden fall wollten dazwischen und dies wesentlich leichter weil nämlich das außengehäuse aus kunststoff ist natürlich ist sie breiter natürlich ist sie größer so tun wir sie mal ein bisschen weiter nach unten ich muss ich die kamera perspektive ein bisschen ändern weil das ganze dann doch zu groß ist sieht man hier den größenunterschied weiter kühlkörper wesentlich dicker ist und natürlich auch die länge wenn man das jetzt hier so ranhölz sieht man es eigentlich ganz gut können wir mal so ausprobieren ungefähr dass ich das genau der wisch ja wie gesagt ist auf jeden fall wesentlich länger das sieht man also könnt ihr hier auf jeden fall mal den unterschied sehen wesentlich länger das teil das sieht man zum beispiel hier besonders aber wie gesagt neue technik an bord sie ist glaube ich 25 prozent schneller wie die alte serie so habe ich es in den testberichten gelesen wie gesagt ist ja doch jetzt schon ein paar jahre her die hat er trotzdem jetzt schon 2018 ja das sind schon einige jahre die sie auf dem buckel hat jetzt fünf jahre also die karte ist schon gut alt aber wie gesagt die founders edition mittlerweile sehr sehr rar geworden ich habe ja ein video dazu gemacht zur grafikkarte jetzt könnt ihr gerne mal auf meinem kanal angucken wo ich sie eingebaut habe ins gehäuse ja auch die frage ist warum hat er sich jetzt wieder in die grafikkarte gekauft ja ganz einfach weil ich an meinem alten system einfach hängt und ich möchte es eigentlich nicht zerlegen oder verkaufen sondern ich möchte einfach in neues schönes des des also neues schönes design gehäuse reinpacken die wasser kühlung die werde höchstwahrscheinlich auch noch mal erneuern das heißt die corsia fliegt raus und kommt eine andere rein aber jetzt nicht mit dem neuen system verwechseln das ist nämlich mein altes system nicht verwechseln ja wie gesagt in diesem sinne eine wunderschöne grafikkarte muss ich echt sagen was mir auch hier besonders gut gefällt wenn man sie jetzt zum beispiel mal hier umdreht hier die backplate zum beispiel das ist auch eine richtig schöne sache die ist hier komplett in schwarz wir haben hier die die anschlüsse displayport haben wir dreimal typ c für vgr und natürlich einmal hdmi ich hoffe ihr könnt einigermaßen gut erkennen weil es ist halt jetzt ein bisschen unterbelichtet ein bisschen schwarz aber ich denke es gibt genügend unboxings hier auf youtube deswegen könnt ihr euch diese alte grafikkarte da natürlich dann noch mal angucken wie gesagt richtig geil dieses design zubehör ist auch noch ein bisschen dabei aber das spare ich mir jetzt zeige ich jetzt nicht weil wie gesagt da gibt es genügend videos da ist nichts anderes wie ein dvi adapter kabel dabei das was auf dem displayport angeschlossen wird für leute die noch ein altes system haben beziehungsweise ein alt monitor noch haben beziehungsweise das kann ich euch trotzdem schnell zeigen weil ich möchte trotzdem dass das video entsprechend gut ankommt das ist ganz einfach wir brauchen hier bloß die lasche aufmachen können wir mal die grafikkarte nach hinten schieben da ist es natürlich dann alles drin so schaut das ganze aus gesagt hier dieses displayport kabel ist damit drin bisschen kurz anleitung wie das ganze dann funktioniert können wir hier das ganze wieder schön rein tun gesagt passt wunderbar rein also kein problem ja in diesem sinne ich baue sie jetzt dann in das pc system ein werde sie natürlich testen wie sie funktioniert und dann nächstes jahr kommt sie dann sowieso mitsamt system in das neue gehäuse was es für ein gehäuse sein wird das werdet ihr dann in den nächsten wochen auf meinem kanal sehen ich werde dann dieses gehäuse natürlich auch entsprechend vorstellen und natürlich auch die neue wasserkühlung je nachdem da möchte ein bisschen was investieren also in diesem sinne lasst es mich wissen schreibt es mal in die kommentare was ihr von der founders edition von der rtx 2000er reihe haltet es ist ein massives stück hardware und ja wie gesagt wunderschön also in diesem sinne ich hoffe es hat euch gefallen das video wenn es euch gefallen hat lasten like daten abo nicht vergessen die größe aktivieren und wir hören und sehen uns zum nächsten video macht's gut ciao ciao so gaming freunde die rtx 20 80 ist eingebaut und sie macht auf jeden fall schon mal einen sehr sehr schönen und edlen eindruck sie kommt hier vielleicht ein bisschen zu dezent daher weil sie ist ja nicht besonders groß aber das macht nichts wie gesagt das ist das alte gehäuse und da kommt dann ja demnächst neues gehäuse und da kommt eben dann die alte technik hinein ja wundert euch nicht warum die kabeln so hässlich ausschauen das ist jetzt einfach bloß mal professorisch der grund einfach bei der gtx 1080 zum beispiel da sind ja oben diese so genannten noppen die man zusammen drücken muss dass man das kabel heraus ziehen kann sind ja bei der gtx unten gewesen hier bei der rtx ist das ganze nach oben gemacht und deswegen schaut das heute jetzt so komisch aus das sind leider die kabel von corsair ich bin kein freund mehr von corsair es ist noch ein corsair netzteil drin die bieten leider sehr schlechte kabel an die da mitgeliefert werden die gefahren mir persönlich überhaupt nicht deswegen werde ich dann auch im neuen gehäuse von cable mod dann entsprechend so ein paket nehmen wo man dann mainboard kabel und cpu kabel eben schön präsentieren kann und die hässlichen kabel dann von corsair die sind halt dann hinten drin aber jetzt für am anfang reicht es mal wie gesagt erst nächstes jahr wird das neue gehäuse eben gebaut so hier könnt ihr es noch mal sehen das ist halt aktuell das alte gehäuse das alte system ich habe mich natürlich dazu entschlossen es nicht her zu geben ich habe es jetzt hier im nebenzimmer habe ich jetzt hier rein gesteuert hier ist ein großer tisch und da steht das ganze jetzt drauf kann sich deswegen genauso durchaus sehen lassen aber wie gesagt das system ist schon in die jahre gekommen die wasserkühlung von corsair die wird rausfliegen und auch die lüfter werden natürlich rausfliegen da werden dann die lüfter verwendet die dann eben bei den neuen gehäuse dabei sind aber ihr werdet bald erfahren was es für ein neues gehäuse sein wird also in diesem sinne die grafikkarte vorgestellt sieht klasse aus übrigens das grün was hier leuchtet geforce rtx das ist nicht einstellbar das ist immer grün da kann man nichts verstellen das gehört sich so wenn ich ehrlich bin gefällt mir auch so möchte ich auch so haben das passt vollkommen jetzt seid ihr gefragt schreibt mir in die kommentare wie gefällt euch die rtx 20 80 ist es noch ist also ist sie noch einer der schönsten grafikkarten von nvidia in der farm das edition lasst es mich auf jeden fall wissen und wie gesagt 330 euro habe ich dafür bezahlt ich denke der preis ist in ordnung ich habe es schon erwähnt dass sie mittlerweile nicht mehr so einfach zu bekommen ist und da gibt es natürlich noch das flagship das wäre dann die titan mit 24 gigabyte um die hört bloß auf da habe ich teilweise preise gesehen für neuwertige sind bis zu 2000 euro werden da verlangt mondpreise egal schreibt in die kommentare würde mich darüber freuen wenn euch das video gefallen hat lasst bitte ein like da ein abo und nicht vergessen die konkrete aktivieren und wir hören und sehen uns zum nächsten video macht's gut